Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rapid Viertelstunde auf W24. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Schon traditionell ist es, dass wir in der letzten Sendung vor der Sommerpause immer einige Hopperlas präsentieren. Da überraschen mich immer die Redakteure unserer Rapid Viertelstunde. Bist du aufgetan? Na, mit Erik Neons, Bernhard.